Wenn man den roten Faden vom Start bis zum Ziel spannt, das könnte so aussehen, dann sind auf diesem Weg definierte Meilensteine mit ihm verbunden. Und zwar nur solche, die uns auch wirklich vom Start zum Ziel bringen. Den Anfang, den Startpunkt markiert unsere Problemstellung. Ohne sie gäbe es eh nichts zu untersuchen. Wo kein Problem, da auch keine Lösung. Und wir wollen ja ein praktisches oder auch theoretisches Problem lösen. Mit jeder wissenschaftlichen Arbeit. Für die Problemstellung zu Beginn unseres Weges gelten allerdings einige Bedingungen. Erste Bedingung, was wir als Problem erkennen und bezeichnen, muss auch von anderen als solches erkannt werden können. Etwas ist unklar, etwas ist bisher noch nicht gelöst, etwas ist noch nicht hinreichend definiert, etwas ist noch nicht überprüft worden. Zum Beispiel, es ist unklar, welche Mehrwerte solche näher zu beschreibenden Videotutorials für welche Nutzertypen bieten können. Mehrwerte von Videotutorials. Zweite Bedingung, was wir als Problem erkennen und bezeichnen, muss man mit wissenschaftlichen Methoden lösen können. Denn es geht hier ja nicht um das Zurückgreifen auf irgendwo schon bewährtes Wissen, sondern um das Erreichen eines Erkenntnisziels zur Lösungsfindung. Für eine defizitäre Situation. Bleiben wir bei unserem Beispiel, Mehrwerte von Videotutorials für Nutzer würde man voraussichtlich qualitativ oder quantitativ empirisch erheben. Interviews, Befragungen, Bewertungen auszählen und so weiter. Dritte Bedingung, was wir als Problem erkennen und bezeichnen, müssen wir selbst auch mit unseren eigenen Ressourcen anpacken und lösen können. Also, wir brauchen für diesen Untersuchungsweg Zeit. Wir brauchen Methodenwissen, das wir vorher erst einmal noch erwerben oder aktualisieren müssen. Wir brauchen theoretische Vorgegebenheiten. Und wir brauchen Zugänge zu unserem Untersuchungsgegenstand. Bei unserem Beispiel also auf alle Fälle Zugänge zu Nutzern der Videos, aber auch Zugänge zu Statistiken und bereits bestehenden Untersuchungen. Und natürlich zu Konzepts und Realisierungen jener Videotutorials. Unsere begrenzten Ressourcen lassen uns nur Raum für begrenztes Untersuchen. Also werden wir unseren Untersuchungsgegenstand immer gut eingrenzen müssen. Auf für uns selbst zugängliche Erhebungs- und Datennutzungsmöglichkeiten. Für unser Beispiel müssten wir also Nutzergruppen definieren und können nur mit denen weiterarbeiten, die durch uns selbst auch untersuchbar, befragbar, analysierbar sind. Und 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 Vielen Dank.